Mein Lieblingsplatz an der Uni ist definitiv die Grünflächen hier drumherum, besonders die vom G18, weil man da wunderbar einfach sitzen kann mit den Sitzgelegenheiten, die da vor ein paar Jahren aufgestellt wurden. Und soweit das Zelt wiederkommt, wird es noch besser. Mein Lieblingsplatz an der Uni ist das Kellercafé in G40. Die Mensa. Unsere Werkstatt, wo wir unser Auto bauen. Baracke oder Kiste? Baracke. Baracke. Weder noch, da habe ich keine Zeit für. Zuhause bleiben, auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Mein bester Tag an der Uni war? Das kann ich gar nicht so richtig sagen, da hier einfach wirklich so viel passiert ist in der Zeit, in der ich hier studiert habe. Grundsätzlich würde ich sagen auf jeden Fall die Sommermonate, weil hier wirklich viel los ist und man viel erleben kann. Mir hat am besten die Einführungswoche gefallen. Mein bester Tag an der Uni ist freitags, da habe ich frei. WG oder Einzelwohnung? Einzelwohnung. Mit meinem Partner zusammen? WG. Einzelwohnung. Ich brauche meine Freiheit. Die Uni in 25 Jahren ist? Hochmodern und international unterwegs. Ein gut vernetzter und ausgebauter Forschungsstandort in Sachsen-Anhalt. Moderner, computerversierter, denke ich. Das heißt, vieles wird sich durch Computer ersetzen, möglicherweise keine Bücher mehr. Ich hoffe noch genauso international und multikulturell und genauso spannend mit vielen tollen Sachen.